uns und da sind wir wieder bei let's play series m3 mit der verstummten schlaftablette ich will ja auch haben ich komme er redet nicht mehr mit und ich komme nicht mehr ich schieße aufs was ich komme nicht hier raus ach so hier ist ein rohr am weg ich komme das war nicht gut glaube ich ja ist doch gleich viel attraktiver wenn der dritte spieler verstummt wo musst du hin hier hoch hier geht es ja nach die kann man kaputt machen da ist was hinter die dumme schlaftablette sturmgewehrpatronen sind hier hinter den spinnenweben hier geht's hoch ich trau mich nicht das licht ist ausgegangen hier ist ein karton ah hier ist hübsch munition es sieht nach gefahr aus wo wir uns bewegen was war das eben und du weißt bekanntlich ich lasse in der gefahr einstehen ach die kann man kaputt machen ja ich weigere mich da durchzurennen geht der alarm garantiert an bei dir ja ich höre einen hubschrauber höre ich auch wo seid ihr? ich bin hier oben eure schlaftablette ach so wo ist hier oben? es ist so eine riesige halle hier durch ich würde trotzdem gerne wissen worum er nicht mehr mit uns redet der hubschrauber hat tentakeln oh hier kommen gegner ja hier liegen beine braucht noch wer ein paar beine? ich habe meine gerade erst versteigert also in dem sinne wäre es nicht schlecht so wo müssen wir hin? was ist denn das spielt überhaupt? wir müssen hier irgendwie in diese Nebentüren rein oh der ist ja ein bisschen größer hier sind Schätze das ist Gesundheit ja hier geht's weiter ja so jetzt geht's mir wieder ein bisschen besser müssen wir da hin oder was? hier hin? mhm ja was war das? oh die krabbeln an der Decke die Bestien ja das habe ich eben auch gemerkt wow das lebt ja immer noch ist hier noch was Schönes? ja wüsst du Henry hat Freunde die machen A ja mir wäre es lieber wenn er mal A machen würde wir hätten das gefunden na ich nicht war ich das oder Henry? ich weiß es nicht wir sind beide gleichzeitig umzugrannt siehst aber auch schlecht die Viecher oh was hast du mit dem gemacht? Endkampf jetzt sind wir hier oben ja hier geht das jetzt irgendwie weiter vermute ich mal kommt ihr mit? ich mach die Kisten erstmal kaputt ich bin so rumgegangen zum gucken ob hier ist ich hör was huh das ist Schlaftablette ich hab auf Schlaftablette geschossen sah aus wie ein Zombie ich werd bekotzt Klappern hört ihr das auch? irgendwas trappelt hier trippelt hier ja ja das höre ich auch aber könnte aber auch die Musik bloß sein hier sind wir kommt ihr warte einer fehlt noch ich bin wieder ach was für eine Erkenntnis hast du dich dumm geschaltet? ich hab mich bei äh TSG mit ach so sag nächstes mal Bescheid ne? ne ich hab dich doch angeschrieben ich hab den ich hab den ich krieg keine Nachrichten von Steam wenn ich spiele mehr ach so ich auch nicht das hab ich ausgestellt weil das stört beim Aufnehmen und so weißt? ach so wir haben nämlich vorhin Let's Talk aufgenommen kann ich ja hier schon mal erzählen ein letzter Brei wo müssen wir hin? ja ich frag mich das gerade auch ganz laut innerlich und äußerlich hier hier kommt zu mir kommt ihr zu mir? äh hä? ah da oben wo ist denn hier bei dir? hier wo ist denn hier bei dir? ach da ich werd hier komm runter du Vieh ich hab ne Gurke ja das weiß ich und ich werde sie benutzen alles meins alles meins hier ist Rüstung kommt hier her so wo müssen wir jetzt hin? hier unten lang wo ist das dunkel hier? ja dafür gibt es ja auch eine Erfindung die heißt Taschenlampe Feuerzeug einsammeln 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 die Dinger sind wichtig weil wenn ihr die 100 voll habt dann könnt ihr diese anderen Packs nicht mehr einsammeln die großen Mini Packs nützen dann nichts mehr Telefon hallo ja Mutti ich kann auch nichts dafür es ist einfach so ich wurde dazu gezwungen oh ich seh ja wieder so anders aus Metamorphose in der Hose oh habt ihr diesen schnellen Blick nach links gesehen? Quinn es ist mir Stein nicht ich glaub der gibt keine Daten mehr oh da fehlt was an dem Arm oh Sammy macht das Würstchen oh mach die Dinger hier kaputt da sind Spinnen drin extra life ja oh oh ich werd lieber lässt er uns hier im Seuch stehen echt mal ich werd gesamt hier Spinnen aus nur wegen sein extra Leben ja typisch oh was ist denn hier los jetzt da blutet's doch im Schlüpfe äh äh genau was heißt denn hier äh Elvis rennt hier rum wie so ein Psychopath ich brauch mal war hier nicht ein bisschen da war wo seid ihr hin hier ach da ach das geht jetzt nicht jetzt kam Endkampf ganz kurz vorher du meinst Nahkampf oder wer möchte wer hat noch nicht ich nehm ne Brücke oh ich hatte nur ein Auge ah ich glaub die zertritt man im Endkampf oder Nahkampf ja da spritzt es einfach bloß noch grün ja hab ich eben grad gemacht und immer schön an die Decke gucken ja das vergess ich immer so ein bisschen nach oben zu gucken bei dem ganzen Ding da oben ist was die Decke sind so hoch für Kleinwüchsige ist das nichts für kleine Doktor Scrabbles ja das wird doch ein letzter Schmarrn oh wer bist du hä was war denn das so eine jetzt haben wir ne Schrotflinte aber da ist die Munition begrenzt der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dir wo bist du an der Decke wir haben aber komische Geräusche ja an der Decke ist noch überall wat da hinten rennst du schon rum das sah sehr sexy aus wie du eben grad das Auge rausgerissen hast ja das mach ich nachher bei dir auch oh yeah viel Munition hast du nicht für die Schrotflinte ja ich nehm jetzt auch wieder die Pistole oder den aber der Hammer ist auch nicht schlecht wo ist denn die da hier soll zum Ausgang gehen oh geht doch die Geräusche dazu oh hier soll zum Ausgang gehen oh noch einer oh da muss ich rein da muss ich rein da muss ich rein da muss ich rein da muss ich so jetzt geh ich da rein den hast du aber nicht viel Chancen gelassen nee nee warum auch weg hier oh oh gottes was denn oh da oben geht's weiter lass mir auch noch was zum Spielen hier war Munition ich hab extra live gefunden oh der steht wieder auf die Sau Rüstung steht an dem Spiebel beschießt du in der Aide of Freude ja ich war grad am Nachladen oh der kann fliegen man sich immer zu den Pforten und mit den Nahkampf oh ihr habt einen übersehen hinter uns ja arbeitet mal ein bisschen gründlicher hier ich weiß denn wieso ist Grundreinigung angesagt ja hier sind aber Schrotflinten Munition überall oh wo bist du denn schon wieder echt bei dir bei dir ja du bist aber bis dahin durchgelaufen sei ehrlich da ist was grünes was war denn das gerade ein Roundhouse Kick oder was ich werde beeichelt ich werde beeichelt das ist auch mittlerweile gar nichts da ist noch einer von wo werde ich denn jetzt noch beschossen ne aha Oldman macht das Würstchen da ist noch was blaues sammelt euch Rüstung die werdet ihr gleich brauchen könnt mir glauben das war es noch nicht hier ja das glaube ich auch 15 Gegner kommen noch so wollen wir mal gucken wo sie abgehen die Luder könnt ihr euch doch denken was passiert wenn wir hier drinnen sind Gemetzel Rüstung Gesundheit ich hab schon mal drauf geschossen komm her du wie ne Wichser sowas sagt man nicht Sam was hat er denn gesagt na das F-Wort MOTHERFUCKER ich muss nachladen aber es ist gut dass die Schrufe unter wenigstens mit Magazinen ist und nicht so jedem Schuss einzimt oh MOTHERFUCKER die das war aber einfach naja wir sind ja auch zu dritt stell dir mal vor du spielst das allein oh hallo Freunde ey guck mal ich hab das Auge deines Bruders oh was sagt die Zeit haben wir vollkommen dann mach Stopp wir sind das nächste Mal wieder da da ciao ciao brust brust